Doch die Kritik an eben diesem Amt und seinem Chef, Frank-Jürgen Weise, wird immer schärfer. Zu langsam, zu umständlich und zu wenig engagiert. Und das sind noch die milderen Formulierungen. Marie von Manningrott. Es ist eine Mammutbehörde, die oberste Asylbehörde, das Bundesamt für Migration. Symbolisch steht es für die Überforderung im Land, die sich angesichts der bald eine Million Flüchtlinge im Jahr 2015 breitmacht. Die neuesten Zahlen, 356.000 unbearbeitete Asylanträge, stauen sich hinter den dicken Mauern, zum Teil noch aus den Vorjahren. Und draußen im Land, Druck in den Kommunen, 100.000 Flüchtlinge warten, bis sie überhaupt erst einen Asylantrag stellen können. Kritik aus Bayern bleibt da nicht aus. Ich kann mich gut erinnern, dass wir als Bayern seit über zwei Jahren die Bundesregierung drängen, dass dieses Amt mit ausreichend Personal ausgestattet wird. Da liegt ja der Schlüssel. Diesen Seitenhieb will der Innenminister nicht auf sich sitzen lassen und kontert. Man habe in diesem Jahr 1000 Stellen neu besetzt. Es würden mehr als doppelt so viele Anträge pro Monat bearbeitet, als noch vor einem Jahr. Auch die Mitarbeiter müssten mehr arbeiten. In Kernbereichen des Bundesamtes wird im Schichtbetrieb gearbeitet. Es gibt Gespräche darüber und auch ich halte die Arbeitung im Schichtbetrieb für möglich und zumutbar. Passiert das genügend, so die Nachfrage? Es gibt Gespräche darüber, das auszuweiten und das unterstütze ich. Und wovon hängt das ab? Das hängt an Gesprächen mit den Personalvertretungen. Andauernde Gespräche, die Kritik wird also weitergereicht. Personalvertreter wiederum wollen genau das auch nicht auf sich sitzen lassen. Die Kollegen im BAMF arbeiten an einem flexiblen Arbeitszeitmodell. Die haben einen Korridor, der geht von morgens 6 bis abends um 20 Uhr. Und der wird ausgeschöpft und mehr als ausgeschöpft. Und die Leute arbeiten auch länger, als sie arbeiten müssen. Also weit über die 39,5 oder 41 Stunden hinaus. 35.000 Asylanträge wurden im November bearbeitet. Demgegenüber steht aber auch, dass 200.000 Flüchtlinge neu angekommen sind. Die Länder sind unter Druck, die Kapazitäten zur Flüchtlingsaufnahme begrenzt. Je länger sie warten müssen auf Entscheidungen, die das BAMF leisten muss, umso schwieriger wird anschließend die Integrationsaufgabe. Und deswegen ist auch hier Verfahrensbeschleunigung absolut notwendig, wenn die Integration gelingen soll. Das schwarze Peter-Spiel geht weiter. Übrigens, beim Bundesamt für Migration sind 31.000 Bewerbungen für die 4.000 noch offenen Stellen eingegangen. Die zu bearbeiten, das nimmt gewiss auch Zeit in Anspruch.